Höchsten Hygienestandard in Ihrem Waschraum mit der Xibu Hybrid Familie sicherstellen. Für Sie als Kunde bieten die Xibu Hybrid Spender 30% mehr Anwenderzufriedenheit bei 25% weniger Personaleinsatz. Sie haben eine hohe Reichweite und wählen ein flexibles Energiekonzept. Beim neuen Xibu Towel Hybrid trifft Design auf Funktionalität. In der Anwendung besticht der Hybrid Spender vor allem durch seine leichte Bedienung, seine Zuverlässigkeit und sein ansprechendes Design. Für Sie als Kunde bietet der Xibu Towel Hybrid eine Vielzahl an weiteren Vorteilen und Highlights. Der Spender lässt sich mit dem Systemschlüssel von beiden Seiten öffnen. Das ermöglicht eine flexible Wahl des Montageortes. Der Deckel lässt sich leicht in die obere Ruhestellung einrasten. Damit ist das Innenleben des Handtuchspenders sehr gut einsehbar. Gleichzeitig mit der Öffnung des Deckels öffnet sich die Stäbchenlade. Leere Rollenkerne werden so entnommen. Durch den eingerasteten Deckel wird eine bequeme Befüllung des Spenders ermöglicht. Das Multi-Roll Handtuch mit dem eingesetzten Kern wird in die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung eingesetzt. Die Kodierung des Multi-Roll Kerns verhindert ein falsches Einsetzen der Papierrolle. Das Einspannen der Papierrolle ist beim neuen Xibu Towel Hybrid ganz einfach. Das Handtuchpapier wird hinter dem Nachförderhebel durchgeführt und bis knapp unterhalb der Spenderkante gezogen. Sie haben die Wahl bei der Energie. Ein innovatives Energiekonzept mit drei Versorgungsmöglichkeiten steht zur Auswahl. Sie können zwischen Energy Box L, Stromanschluss oder einem wiederaufladbaren Akku wählen. Die Befüllung ist einfach und sicher. Eine Fehlbedienung beim Einsetzen bzw. Wechseln der Energiequelle ist ausgeschlossen. So bringt der Spender stets volle Leistung. Nach dem Schließen des Deckels ist der Spender funktionsbereit. Dies wird durch ein grünes Leuchten der LEDs signalisiert. Sie lösen den Bedienmechanismus aus, der Spender holt sich das Papier automatisch und schon bei der zweiten Auslösung des Sensors steht das Handtuchpapier zur Verfügung. Der Spender ist jetzt einsatzbereit. Die Xibu App gibt Ihnen einen vollen Überblick über Ihre Spender. Sie haben alle relevanten Daten rasch zur Hand. Das ermöglicht Ihnen die Kontrolle über den Füllstand, Energiestatus und Servicestatus. Das erste Symbol zeigt den Füllstand an. Grün bedeutet, dass der Spender ausreichend befüllt ist. Wenn die Papierrolle etwas mehr als den halben Durchmesser unterschreitet, wandert sie von selbst in die untere Position und schafft Platz für eine weitere Nachfüllrolle. Das wird durch ein gelbes Symbol signalisiert. Um jederzeit den Nachfüllstand auch so im Blick zu haben, ist ein von beiden Seiten kontrollierbares Sichtfenster integriert. Wenn der Spender für die zweite Nachfüllrolle bereit ist, wird der Nachfüllbedarf durch einen roten Balken im Sichtfenster angezeigt. Im Sense-Modus blinkt der Spender jetzt grün-rot. Sie haben eine halbe Rolle Zeit, die neue Nachfüllung einzusetzen. Durch das Zwei-Rollen-System ist Ihr Spender immer verfügbar. Erst wenn die untere Rolle komplett leer ist, schaltet der Spender auf die obere Rolle um. Das zweite Statussymbol in der Xibu App signalisiert den Energiestatus. Wechselt das Symbol auf gelb, ist die Energybox L oder der Akku fast leer und gehört getauscht. Sollte der Spender via Powerpack Adapter Hybrid am Stromnetz angeschlossen sein, wird dies durch ein grünes Symbol in der App angezeigt. Bei Verwendung von Energybox L oder Akku zum Tausch einfach den Deckel öffnen, die gebrauchte Energybox L oder den aufzuladenden Akku herausschieben und die volle Energiequelle einschieben. Schon ist der Spender wieder vollkommen funktionstüchtig. Das dritte Symbol zeigt an, ob eine aufrechte Bluetooth-Verbindung zum Spender besteht. Ist dieses blau hinterlegt, ist der Spender in Reichweite und man kann sich mit dem Spender verbinden. Ist dieses grau hinterlegt, ist die Verbindung bereits besetzt. Ein leeres Symbol signalisiert, dass sich der Spender nicht in Reichweite befindet. Weiters hat man durch die App Daten über einen etwaigen Servicebedarf des Spenders und Daten und Fakten über den Verbrauch rasch zur Hand. Alle Einstellungsmöglichkeiten des Spenders werden bequem über die Xibu-App gesetzt. Dieser ist kostenlos im App Store oder Play Store für Sie zum Download bereit. Sie können das Blinken der LEDs ausschalten. Der Spender blinkt nur mehr bei einer Blattabgabe oder bei Nachfüllbedarf. Die LEDs können in verschiedenen Farben blinken. Ein grünes Leuchten bedeutet, dass der Spender funktionsbereit ist. Ein grün-rotes Blinken signalisiert, dass der Xibu Towel Hybrid für eine weitere Nachfüllrolle bereit ist oder die Energieversorgung fast leer ist. Ein rotes Blinken der Leuchten bedeutet, dass die Energybox L oder der Akku leer ist oder der Spender einen Fehler hat. Ein rotes Leuchten bei Abgabe bedeutet, dass der Spender leer ist. Ein blaues Blinklicht zeigt an, ob der Spender mittels Bluetooth-Verbindung mit der App verbunden ist. Um Kosten zu sparen, kann man zwischen den Papierabgaben eine Zeitverzögerung von in etwa 1 bis 4 Sekunden einstellen. Damit haben Sie die Kosten im Griff. Der neue Xibu Towel Hybrid punktet außerdem mit seiner großen Sensorreichweite. Erstmalig löst der Sensor eine Blattabgabe von größerer Entfernung aus und auch wenn man die Hand unter den Spender hält. Die erhöhte Sensorreichweite kann man aber ganz einfach über die App deaktivieren. Die Blattabgabe wird dann nur mehr nahe am Sensor ausgelöst. Ein einstellbarer Papierausstand führt dazu, dass jederzeit ein Papier greifbar ist. Die berührungslose Abgabefunktion kann deaktiviert werden. Durch Ausschalten des Sens-Modus wechselt der Spender in den Touch-Modus. Das Papier muss manuell abgezogen werden. Der Sensor reagiert für eine Blattabgabe nicht mehr. Die Haagleitner Hybrid-Spender funken immer. Daten wie Füllstand, Energiestatus oder Servicebedarf können entweder via Smartphone oder auf Wunsch auch in Echtzeit via HSM-Gateway abgeholt werden. Diese Informationen können sowohl in der Xibu-App als auch in Ihrem Hygieneportal angezeigt werden. Übrigens, mit dem Xibu Designer können Sie mit über 1000 Designs Ihren Waschraum jederzeit individualisieren. Auf Wiedersehen.